Mein Name ist Farah Savas, ich bin Deutsch-Algirierin und engagiere mich sehr beim Arab Business Circle, einem Mitarbeiternetzwerk. Und warum tue ich das? Weil mir Vielfalt und Toleranz wichtig ist. Mein Name ist Wewe Chen, ich arbeite im Personalbereich. Seit 2016 engagiere ich mich in der chinesischen Community. Mein Name ist Monika Thiel, ich bin Betriebsrätin am Standort Sindelfingen und setze mich für Vielfalt ein. Vielfalt ist die Basis in vielen Bereichen für gute Entscheidungen, für gute Produktentscheidungen, für das Verständnis um die Kunden. Ich bin vor Jahren von China nach Deutschland gekommen, um mich hier zu promovieren und um mich weiterzuentwickeln. Ich mag es, Menschen zusammenzubringen. Ich mag es, andere Perspektiven kennenzulernen, über den Tellerrand zu schauen. Wir fördern Vielfalt zum Beispiel durch die Aktion Vielfalt macht uns stark. Wir haben viele Netzwerke, die sich über viele Jahre etabliert haben von unterschiedlichen Gruppierungen. Wir haben Plattformen, wo sich Menschen austauschen können. Und wir versuchen einfach, dieses Thema präsent zu haben, gemeinsam zu diskutieren und auch an Lösungen zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist Vielfalt ein sehr wichtiges Thema für den Konzern, weil unsere Kunden weltweit sehr vielfältig sind. Der Konzern profitiert sehr von Vielfalt, weil wir alle voneinander lernen können. Jede Kultur hat etwas Spezielles, bringt etwas Spezielles mit und ich finde, das ist unwahrscheinlich wichtig. Wenn Ressentiments da sind oder einfach Ängste gegenüber etwas, was ich nicht kenne, einfach die Menschen ansprechen, versuchen in Kontakt zu treten, zu fragen, neugierig zu sein. Ich wünsche mir und auch meinen Kolleginnen und Kollegen die Chancen, in unserem Konzern aktiv zu ergreifen, die Vielfalt mitzugestalten. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass man sich gegenseitig respektiert, unterschiedliche Meinungen respektiert, dass diese Meinungsvielfalt einfach notwendig ist, um für uns als Unternehmen zu besseren Entscheidungen zu kommen. Wir sind ein bunter Haufen. Wir haben unterschiedliche Hierarchien, unterschiedliche Menschen. Aber wenn wir offen miteinander umgehen, können wir unwahrscheinlich viel erreichen. Und wir sollten uns nicht an so klein klein festhalten, woher kommt jemand, wer ist er, kann der, der ist, kann die, der ist schwierig. Also, ich bin für Offenheit. Wohre ist es! Wir sind mit Dispinglösen. iren Untertitelung des ZDF, 2020